Liebes Publikum, dies ist ein 360-Grad-Video. Bitte nutzt Maus, Touchpad oder die Pfeiltasten oder dreht euer Handy, um euch im gesamten Raum umzusehen. Manchmal ist die Videoqualität schlecht. Dann müsst ihr die Auflösung des Videos bei YouTube unter Einstellungen ändern. Und nun viel Spaß bei... Dann müsst ihr die Auflösung des Videos bei YouTube unter Einstellungen machen. Dann müsst ihr die Auflösung des Videos auflio' das sehr kalt. Damagez gaszt mit uns šgartalogisch im Moment. Dann müsst ihr die Auflösung des nesse Dann könnt ihr die Auflösung des Videos aufsteh Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020